hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge vom ja unserem weihnachtspark heute ist der erste advent wenn ihr die folge seht und ja schönen ersten advent wünsche ich in diesem fall dann gleich ja letztens war eigentlich lange zeit tradition dass wir ja in der adventszeit einem weihnachtspark gearbeitet haben letzten zwei jahre habe ich ehrlich gesagt vergessen und ja ich dachte lassen wir die tradition einfach wieder aufleben hier vorne könnte ich eigentlich noch ein bisschen was machen vor dem eingangsbereich sehe ich gerade das ist ja noch völlig unweihnachtlich das müssen wir natürlich ändern wir können erstmal eine kleine tour durch den park machen ja hier vorne kommen wir rein hier ist der eingangsbereich und ja hier haben wir eine wc anlage wir haben war shops und diverse geldautomaten noch mal shops richtige attraktionen sind hier vorne glaube ich noch gar nicht da ist erste hilfe und noch mal gucken hier geht es zur ersten attraktion ach genau da haben wir hier den das ist ein kleider ok ja nicht unbedingt weihnachtlich aber trotzdem da ist irgendein gebäude da sind muss weiß es echt nicht schon zwei jahre her wo ich das letzte mal hier ist der ausgang da ist auch noch mal ein ausgang die wurde geschnappt ok ja hier haben wir den eingangsbereich oh hier müssen wir aber auch noch ein bisschen dekorieren eigentlich das geht ja so gar nicht für die fahrt hier die können wir eigentlich mal mitmachen aber möglichst ein schlitten der hier steht genau hoppala so den nehmen wir jetzt fahren wir ein ründchen mit oh wir sitzen alleine hier ok ja ganze sehr weihnachtlich alles gestaltet weihnachtsgeschenke weihnachtsbäume so ein weihnachtsbaum wald fährt man und dann geht es erstmal in eine eishöhle könnte man auch noch ein bisschen mehr deko anbringen ne fällt mir so auf müssen wir mal vielleicht noch ändern bei gelegenheit guck mal wie wir da wie weit wir jetzt auch kommen in den vier wochen und auch muss noch mal gucken was sich so an weihnachtsdeko geändert hat was alles hinzugekommen ist oder ob was hinzugekommen ist ob wir irgendwie noch was interessantes bauen können das ist ein bisschen lichterlos hier drin finde ich da fehlt müsste noch mehr brauchen wir noch mehr lichterglanz würde ich sagen und wenn wir auch mit bunten lichtern und so arbeiten das geht ja auch ne da geht jedenfalls noch mehr würde ich sagen die kann man noch ein bisschen aufpeppen sternklarer himmel hier geht auch noch mehr mit lichtern das ist eindeutig ja da haben wir wieder den weihnachtsbaumwald hier haben wir eine nussknackergruppe feuerwerk wasserfall hier arbeiten wir sogar schon mit lichtern machen wir das weiter vorne nicht gemacht sowas aber auch weil das wirkt doch gleich ganz anders auch wenn ja nicht wirklich deko steht aber sie wirkt gleich ganz anders was mit den lichtern muss ich noch ändern da haben wir eine schneemann familie und halt überall diese glitzerbäume die finde ich schön ja zuckerland und das war auch das ende der fahrt so dann verlassen wir sie doch gleich mal hier im gebäude geht eigentlich auch noch ein bisschen mehr deko ne muss ich mal gucken was wir da noch machen können jetzt machen wir aber erstmal noch eine weitere den rundgang noch ein bisschen weiter so hier haben wir galpi shop da haben wir unseren weihnachtszaun ja alles voller weihnachtsbäume weihnachtsdeko da ist nochmal ein schlittenfahrgeschäft können wir aber mal so durchgehen schön mit und see das hat ein geländer am rand das ist natürlich auch nicht verkehrt ne hoppala aber das ist auch schön das habe ich aber zugegebenermaßen sogar nicht selber gemacht aber auch eine schöne tour so was haben wir noch ach da stehen die an für das schlittenfahrgeschäft in die richtung haben wir noch nichts ja hier fehlt noch massenweise deko hier hinten haben wir unseren weihnachtsmarkt da könnte man vielleicht auch noch den ein oder anderen deko baum hin machen da müssen wir mal gucken da haben wir auch lange dran gearbeitet und ist trotzdem recht glitzerlos teilweise ne hm da geht noch mehr eindeutig wurde wieder ein dieb geschnappt so hier haben wir dann noch das ist auch schön so der stall hier ne esel oder was auch immer schläft da drin ja hier haben wir diverse shops da haben wir die bumperbahn ja also insgesamt ein recht netter park und jetzt müssen wir mal den eingangsbereich hier noch machen sehe ich das geht ja mal so gar nicht muss aber mal gucken was bietet sich denn hier als weihnachtsdeko an ähmm ähm requisiden filter western festlich 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 und märchen die zwei passen glaube ich ganz gut zusammen und da gucken wir mal, ob wir da jetzt nicht noch was schönes draus gezaubert kriegen für den Eingangsbereich ich glaube wir machen mal so Fackeln hin als Wegbeleuchtung die sind schön ich denke die passen auch ganz gut so jetzt mal gucken Favoriten äh wollen wir hier mal auf alle gehen Hexenbaum nicht, aber es gibt doch diesen Märchenbaum der passt ganz gut Märchenbaumtorbogen mhm 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 So, was haben wir denn? So, äh, so, Auswahl als Bauplan, kopieren und verschieben, genau, so, können wir hier nämlich, ach so, das hat er jetzt nur einmal gemacht, so war das aber nicht gedacht, so, so, müssen wir es eventuell doch als Bauplan speichern, so, so, äh, den brauchen wir nicht, kopieren, na, Den da hätte ich auch gerne noch. Aber den da nicht. Hallo? Machen wir es anders. Machen wir es halt so. Äh, nee. Äh, warum kopiert er den da nicht mit? Hm. Halleluja. Schwere Geburt. Hm, hm, hm. So. Kann man den komplett, also können, tun wir es auf jeden Fall. Die Lampen brauchen wir nicht. Nur den Zaun. Den am Anfang hat er nicht mitgenommen. Schlingel. Äh. Muss ich gerade überlegen. Hallo? Den da hätte ich gerne raus. Ach, egal. Kann man später noch raus machen. Hm. So viel brauche ich gar nicht, oder? Ich kopiere mal nur den einen hier. Hallo? Äh. Wo war der hier? Scenery. Machen wir es so. Zuckerstange. Wo bist denn du? Da. Da ist er doch. Hm, hm, hm. Ich glaube, so ist die schnellere Variante. So. Wobei, wenn ich den ganzen Zaun da markiere, das ging ja eigentlich fix, ne? Machen wir gerade noch mal den weg. Den markieren wir. Der kommt weg. Der kommt weg. So. Hier passt die ja sogar rein. Sehr gut. Der weg. Der weg. Und dann verschieben wir ein andermal. Jetzt machen wir hier die wieder. Der raus. 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 Jetzt können wir den, glaube ich, entfernen und den verschieben wir. So. Hm, hm, hm. Hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm, hm. So. Szenerie Zuckerstange. Klein. Erst die Maustaste drücken, dann die zum Drehen. So. Ich frage es, ob wir da noch ein bisschen Glitzer reinmachen, aber das wäre gar nicht so verkehrt, ne? Oh, das ist eine Wimpelkette. Ich dachte, das wäre Glitzer. Hm. Das finden wir unter Umständen hier. Märchen und festlich. Da haben wir es doch. Hm. So, machen wir mal so. Hm, 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 hm. Kopieren. Äh, müssen wir ein bisschen drehen. So. 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 Die müssen wir auch noch mal wieder ein bisschen hervorholen. bei der passt's. da ist. Hm, hm, hm. Hm. Hm, hm. 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 geht es soweit nach da hinten da geht es noch klar da geht es auch klar so den müssen wir auch noch ein bisschen hervorziehen so passt das doch so sieht das doch ganz nett aus ganz netter zaun und wir brauchen hier natürlich weihnachtsbäume als deko so haben doch auch schneebedeckte bäume hier irgendwo wie ich sehe ist die zeit auch schon wieder um deswegen sage ich mal vielen vielen dank fürs zuschauen ich hoffe euch hat die folge gefallen wenn ja das gerne daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten folge dann wieder in diesem sinne sage ich vielen vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal